Ja, liebe Freunde der Sonne, die nächsten Worte sollen kein persönlicher Angriff sein, aber wenn du dich angesprochen fühlst, vielleicht siehst du den Tatsachen mal auch ins Auge. Massentierhaltung. Menschen verhungern in Afrika, kleine Kinder verhungern in Afrika, weil sie nichts zu futtern haben, weil sie nichts zu essen haben. Und das war schon wohl immer so. Aber was ist der Grund, warum sterben in Afrika alle 10 Sekunden statistisch wohl gesehen kleine Kinder an Hunger? Sie verhungern. Und wir schmeißen Essen weg. Wir, drei Viertel der Bevölkerung, ist übergewichtig. Übergewicht fängt schon an, wenn du zwei, drei Kilo zu viel hast. Nicht der Fettsack ist nur übergewichtig, wo du es direkt auf Anhieb siehst, sondern jeder, der schon ein, zwei Kilos zu viel hat. Aber darüber redet ja keiner. Das heißt, indirekt oder auch direkt, such dir was aus, wenn du in dem Fall Fleischesser bist, bist du direkt oder indirekt verantwortlich dafür, denn du mit deiner Nachfrage bestimmst den Markt. Und solange es in Massen produziert werden muss, das Fleisch, muss in Massen deren Kohlenhydrate, deren Rohstoffe in solchen dritten Weltländern gekauft, billig gekauft werden, beziehungsweise billig hergestellt werden, denen ihre Nahrungsquelle weggenommen werden, damit wir hier unsere Massentierhaltungen, unsere Viecher, unser Tier, unsere Schweine zum Beispiel, die hier nur fünf Monate alt werden und dann werden sie geschlachtet. Und die ganze Energie, die da reingeht, die wird aufgenommen von denen, die Ängste. Und das frisst du dann. Und das ist nicht korrekt. Deswegen Angebot und Nachfrage. Denk mal drüber nach. Vielleicht dein Fleischkonsum oder allgemein dein Essverhalten. Als Beispiel nehmen wir doch jetzt direkt mal nochmal das Schwein. Ein Schwein wächst in Deutschland in der Massenzucht auf. Innerhalb von fünf Monaten wird es dann geschlachtet. Wie wächst es auf? Auf engsten Raum. Es wird gemästet, damit es schnellstmöglich besten Ertrag bekommt. Und bringt. Es ist eine Ware. Es ist kein Lebewesen. Es ist eine Ware. Und deswegen kann man das auch wie ein dreckiges Vieh behandeln. Ich persönlich könnte nie bei sowas mitmachen. Und ich könnte auch nie wieder selbst Tiere töten. Bei der Bundeswehr damals ein paar Lehrgänge gemacht. Okay, dann konnte es ein anderer filmen. Aber diese Tiere, wie wachsen die auf? Auf engstem Raum. Das wissen wir. Oben, unten. Überall liegt Scheiße. Überall liegt Pisse. Von oben nach unten. In Massen Tierhaltungen. Und Schweine sind sehr intelligente Tiere. Und Schweine haben auch eine Seele. Haben Gefühle. Und ich bin mir zu 1000% sicher, dass die, wenn sie aufwachsen, dort in so einer Scheiße, dann werden die definitiv krank. Aber jetzt kommt es natürlich. Ganz genau. Die dürfen nicht krank werden, denn das ist natürlich eine Investition. Und diese Tiere müssen möglichst schnell, aber gesund wachsen. Was heißt das? Das heißt, die bekommen Antibiotika noch gespritzt oder ins Fressen reingelegt und was weiß ich. Und das alles, diese Gefühle, diese ganzen Frequenzen, vor allem wenn sie dann wissen, ey, meine Kollegen, die sind schon getötet worden, geschlachtet worden. Ich bin gleich der Nächste. Da schüttet man einiges aus an Stresshormon und viel, viel mehr, was wir jetzt wahrscheinlich noch nie erfahren haben. Bestimmt noch keiner hat das erlebt. Da fällt mir direkt ein, früher, ich habe es geguckt, Walking Dead, Staffel 6, da gab es eine Folge, eine Serie. Da wurden die auch, diese Menschen da auch, waren kurz vor der Schlachtung. Die sollten mit einem Baseballschläger, die waren gefesselt, die sollten mit einem Baseballschläger auf den Hinterkopf und dann mit dem Messer durch die Kehle getötet werden. Dann ausbluten und dann, das war so ein Zombie-Welt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber diese Ängste, was diese Menschen da hatten oder die Schweine jeden Tag und es betrifft nicht nur Schweine, es betrifft alle Lebewesen, alle Lebewesen, die schütten was aus, bleibt im Körper, vergiftet das Körper, vergiftet den Körper und das isst du. Diese Energie isst du. Diese Apathie, diese Ängste, diese ganzen Gefühle sind im Fleisch, in der Zelle. Das ist ja alles Zellinformation, was du isst. Und das isst du. Und was meinst du, was mit dir passiert, wenn du jahrzehntelang sowas frisst? Schweine, Tiere, die in Angst gelebt haben und dann getötet werden. Auch ich war früher Fleischesser natürlich, aber heutzutage nicht mehr, seit, ich bin jetzt im dritten Jahr. Also ich lasse es auch sein mit Fleisch. Denk mal drüber nach.